Ich defuse die Bombe Ich defuse ja meine Bombe, Alter geht's ihm so gut? Wow, wow Mit meinem Team killen kann er Nix kann er, nix Hatte ihn einen in der Hälfte auch nicht Shut up, go away from my Bombe Es war die Bombe der Terroristen Okay, okay Guck mal, du hast ihn richtig eingeschüchtert, Micha Schäm dich Oh, your aim sucks Das ist so crazy Da ist der Smoke Oh UCH Der Smoke Der Smoke Deflash und Out Was ich weiss guides Die UFO super gold 10 10 Was? 17 for God Er hat geschrieben Enjoy 9 HP Dann hab ich geschrieben 17, weil ich hab 17 am PMF 9. Der hat sich angegriffen? Ja, ein bisschen. Was deckt denn der? Das bin ich jetzt ganz alleine. Seid ihr alle verrückt? Der lila, ne? Guck ihn dir an. Ja, aber der Chinesis ist auch noch weggelaufen. Ja, ich hab nur die eine Seite gesagt. Und das hab ich nicht geschafft. Oh, schießt ihr nicht! Der hört auf zu schießen! Och, Mann! Scheißmaus! Oder Leck, oder ich weiß nicht was es war. Taktakt, da kommen da zwei Schüsse raus, während ich da rumrenne. Ah! Ah! Das zog da noch einer, ey! Hahaha! 62 in 2! Wie? Scheißmaus! Scheißmaus, du trollst doch, oder? Du hast ihm halt Anfang der Runde mit einer Nade zwei angehittet und Explosionsdamage gegeben. Explosionsdamage? Das ist der Fall. Was ist das hier? Was ist das? Pff, hohohoh! Was? Was? Hohrkant! What is in your fight? What is in... Scheiße! Diese Bombe liegt da. Der hat sie jetzt gleich. Löl. Damit haben sie nicht gerechnet, dass ich die Keke Feuer pushe. Nups. Ah, ich wurde auch von hinten abgeschossen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hä? Verstehe ich nicht. Es hat nur Einer keine Mikro. So. Da kommt er wieder. Du hast was zu erwartet. Brav. Komm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mich hat ja heute morgen schon CS gezockt. Um 4.4. Das fand ich ganz schön krass. Dass er die Gewalt so früh braucht. ich habe dann ganz klar ja das macht man ja immer ja immer ich muss auch pushen ja ich geh mit um der kommt geht wieder 14 hp 3 schade schade er hat mich nicht es war mit gepusht der ich er hat gar nicht gepusht alle muschler die doch vor allem und der die 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 Plänen, ja okay. Ich bleib einfach hier stehen. Einfach hier stehen, jetzt geh ich einfach. Ich geh einfach und nehm die Farmers nicht. Wie viele Tiere hast du auf deiner Waffe? Sollen wir zählen? Ja. Okay, warte. Zählen. Eins, ruhig. Eins, zwei, drei. Äh! 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 Du musst Fs gedrückt halten. Nun gut. Jetzt hat ich mich verzählt. Nochmal. Ich kann leider gar keinen der Karo finden. Ich kaufe hier einfach eine. Der hat 16.000! Willst du das haben? Ja, ne Awe. Aber eine mit Tierchen drauf. Let's make this way as rain. Ähm, was hab ich denn jetzt in Zolls? Danke für nix. Zolls doch mal. Ich will keine Awe mit Tieren drauf. Ich will keine Awe mit Tieren drauf. Ich will keine Awe mit Tieren drauf. Dann kannst du nen Bauernhof aufnehmen. Du hast ne Awe mit Tierchen gebracht. Na hier, pass her. Ja. Ich will sie haben. Ich will sie jetzt. Ja. Ich will sie jetzt. Ja. Der hat halt an. Der hat den Bildschirm an. Und die Mauls. Ja. Wahrscheinlich auch noch seinen Vibrator. Oh oh. So. Und der spielt da der erste Rennen am Arsch. Ok, nein! Ja, ja, ja. Wie war's los? assignedMo Visa und ich bin dann ja richtig drin. Ja der war's nicht nichts. china ответ Ja du gehst. Das sind 4 HP. Weißt du der, ähm, der Mate, der Mate kommt short, und der, ja, ja, der kommt, der, der kommt. Fabian kommt einfach von short und wirft mich mit follow-up, wenn ich da nicht hüten bin. Ich hatte das noch und ich dachte, du schweißt das weg, bevor ich erschossen werde, diese letzte Runde. Ja, ich hab nur gesehen, wie da irgendwas geworfen wäre, da bin ich davon ausgegangen, das wäre der Gegner. Ja, doch, das ist ja auch legitim. Aber du hast doch auch gesagt short. Ich hab gesagt, der ist house drin. Achso. Also er war short, aber dann... Ich hab nur short und short gehört, und deshalb bin ich schnell short gekommen. Der Land ist ja zurückgehoben, als er gesehen hat. Ja, genau, der mich hat's gebringt. Aber Hendrik halt nicht. Der kommt short. Fabian kam ja wie so, der hat das erstmal volle auf mich geworfen. Wird schon sein können, dass das der Gegner ist. Ich hab ihn. Wer liegt da? Bestätige das. Er ist tot. Fuck. Leg doch mal die Bombe jetzt. Und warum liegt der? Bleibt die Bombe! Hallo, Lila! Hallo, Mr. Diamond. Hallo! Hallo! Komm da wieder zurück! Ja, der ist totreich! Alter, der Typ! Kick! 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 Nice job! Yes. Okay. No 300 Dollars for us. Okay. Oh, no AK. Okay. Ich kriege eh keine 300 Dollar, nur er. Ja, ich auch. Nein, nur er! Was war das denn? Schon immer! Wieso kann ich mir keinen... Ach, ich kann mir ja Rüstung kaufen. Ja. War ja nur ein Helm. Ich war ja sparsam. Es ist doch das Team Geld. Ja. Das Team Zelt. Ja. Das Team Zelt. Ja. Das Team Zelt. Das Team Zelt. Das Team Zelt. Ja, ich hab da Banane geguckt. Das Geld. Drei Stück kamen da. Wir alle geholt. Ich hab den oben in der Mitte geholt. Ich weiß nicht. Ich hab mir jetzt jemand in der AK. Ich hab mir jetzt jemand in der AK. Okay. Ich mach das. Was ist denn der jetzt? Weil wir die AK jetzt wieder zurück haben. Und da wolltest du nur ein Danke mein Schatz. Einer müsste low sein auf mir. Was? Redest du mit mir? Möchtest du, wer hat mir die denn gebraucht? Ich schütze die dann mal. In seinem Duell um die Welt. Ok, jetzt denke ich, es ist wohl A. Bomb has been planted. Ach komm. Guck mal, ich hab was für dich Fabio. Guck das mal Fabio. Kann nicht, ich stehe da nicht. Ja, und der andere ist komplett behindert und wechsel die ganze Zeit seine Waffe zu dealen. Ja, ich versuch die Animation zu machen. Ja, das ist ganz toll. Warum? Stefan, halt die Fresse, du bist Letzte. Boah, die ist direkt vor mir, explodiert aber hat mir nichts abgezogen. Ist das ein Blindgänger? Ja, komm Stefan. Wohin? Was ist das denn hier für eine scheiß Smoke? Von hinten, es war so klar, dass da nicht Smoke steht. Das gibt's nicht. Nice Hex. Thanks. Nice Bomb drop, nice Bomb drop. Ja, der hat sich in der Smoke versteckt. Ich wusste, dass das nicht gut ist. Not you gay. Yes, I'm not gay. You are right. Hashtag I love tits. Ah, hab ich genug. Learn English retard. Why? Du dummer Schüler. Du dummer Schüler. Du dummer Schüler vorne. Let's go, let's go. Oh. THC ist so richtig. Oh. Au. I am through with smoke. Not you gay. I am through with a bloodrack. Pfff. Not you gay. Ist aber auch nicht ganz korrekt, das finde ich schön. Ja, du richte absmocken. I am throwing smoke. Blutrack. Na ja, Bananen Low. Er steht wieder vor mir! Was? Wie viel hab ich dir abgezogen? Nichts, ich hab dich noch nicht mal getroffen. Ich war schon tot. Nee, du standst ja direkt vor mir. Ey, ich war down da, hast du nicht mal geschossen. Doch! Hm, doch! Da hat's gut Angst, ne? Wie viel ging in die Hose? Null! Wir müssen nochmal checken. Wir sind die ganze hier. Na-na-na-na-m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Du Schüler! Du dummhauer und Schnauzinswappt ist genauso low wie du. Wow. nachempfunden die das ist nicht jetzt kommt er wieder mit lernschreiben du schüler da wird mit der arme drauf gehalten was machst du da warum gehst du hier weg ich will nicht machen wir machen dann nichts auf dem boden gucken machen wir jetzt die laufen rückwärts da rein okay michael treuen dann treue ich jetzt ja gut kommt einer rechts nix oben der war doch schon mit der rosenwagen gesagt rechts habe ich eingehört das habe ich irritiert er lädt halt nach ja irgendwo muss ich ach wow klar er zoomt er zoomt vor allem was ich geschrieben habe im Fernsehen einer Stadt nachempfunden die auf 1800 Meter in Höhe liegt man gucke sich das diese Umgebung an das sieht mir wirklich nach Alpen aus oder so aber dazu haben sie nichts gesagt aber dazu haben sie nichts gesagt er ist einfach so überfordert mir gesammelt ich glaube auf fuck fuck die anderen zwei zu langsam hier ach der lila ne den kann man doch eigentlich nicht ach 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 da ist er wieder da tja ach nee jetzt bin ich ganz alleine warum drücke ich denn da her wenn ich weil da kommt keine Baseball schaffst du doch alles aber dann hätte ich ihn flamen können so hätte ich mich selber flamen können stefan hat den nur gekickt weil er Angst hatte dass er noch letzter wird ach 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 genau schreibt mir da ach ach bitte 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 ich musste why is so easy eintippen weil die kacke sind man voll die pusten da durch banana ah yes ach michael du hast doch nur Angst dass ich da ist er wer sitzt da der hätte mich gar nicht umgebracht wenn ich ich weißt du diese geben mir zusammen geben sie mir 79 die sind alle gelieft schon sind die noch da bei euch was sind die noch da ich wäre halt noch erster gewesen bei mir sind nur zwei da ich wüsste gern die Ränge hallo ja bei mir sind auch noch zwei da ah schade Stefan du hast ja nett mal nen Stern mehr braue ich nicht so Alter 16 rund und keine Stern ist gut das sage ich doch 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4